Liebe Ocke-Fans, ich freue mich extrem, die neue Markenbotschafterin von Ocke zu sein. Ich finde, Ocke ist jung, sportlich und einfach cool. Und ich denke, es passt sehr gut zueinander. Ich hoffe, ich lerne euch auch mal kennen. Vielleicht könnt ihr ja mal diese Woche auf Biel kommen und ich freue mich. Bis dann!